Willkommen in meinem Bettchen! Und Sie erwischen mich mitten im Nachdenken. Es geht um Sie und um mich, um unser regelmäßiges Rendezvous hier auf YouTube. Ich überlege nämlich, ob ich das umbenennen sollte. Statt abgefrühstückt lieber German Airways. Ein ganzes Land im Sinkflug. Das gebuchte Reiseziel war das beste Deutschland aller Zeiten. Ein Land, in dem wir gut und gerne leben. Also so hat es das Reisebüro Merkel damals versprochen. Stattdessen gibt es jetzt die Notlandung in der dritten Welt. Und Sinkflugbegleiter Olaf Scholz macht beruhigende Durchsagen. You'll never walk alone, hat er uns jetzt geschworen. Keiner von uns bleibt allein. Ich weiß auch, wie er das gemeint hat. Passen Sie auf, wenn im Winter Gas und Strom unbezahlbar sind und es kalt wird in den Wohnungen, dann werden viele von uns im Wohnzimmer auf- und abgehen, um nicht festzufrieren. Die große Völkerwanderung des Jahres 2022. Ja, da kann man dann wirklich sagen, you'll never walk alone. Hier läuft keiner ganz alleine. Hier laufen alle mit. Und dann kann der Wanderkanzler sagen, seht ihr, ich habe mein Versprechen gehalten. Danke Olaf, schon mal jetzt. Ja, wo sie dann allerdings nicht zu Fuß gehen sollten und schon gar nicht zu mehreren, das ist draußen auf der Straße bei einer eventuellen Demonstration gegen die verpfuschte Energiepolitik unserer Geliebten Gewählten. Innenministerin Nancy Faeser hat ja jetzt schon angekündigt, dass Protest gegen die Regierung künftig unter Demokratieverachtung fällt. Für die im Westen Aufgewachsenen sicher eine neue Erfahrung. Oh, wir alten Ossis können da nur müde lächeln, das kennen wir ja schon alles von früher. Mir persönlich tut Frau Faeser ehrlich leid. Ist das nicht eine Tragik, dass die nicht viel früher geboren wurde und im Taunus statt im Erzgebirge? An der Frau ist eine erstklassige DDR-Politikerin verloren gegangen. Mit Persönlichkeiten wie Frau Faeser, da hätte die Mauer bestimmt noch ein paar Jahre länger gehalten. Oder nehmen Sie nur Josefine Paul, die grüne Gleichstellungsministerin von Nordrhein-Westfalen. Die will ja jetzt Meldestellen einrichten, bei denen man seine Mitbürger ganz unbürokratisch denunzieren kann. Wegen, wegen, wegen Queerfeindlichkeit, Rassismus und vermutlich auch bald wegen Demokratieverachtung. Marke Faeser. Wissen Sie, was ich inzwischen glaube? Josef Stalin hätte seine Ostzone vielleicht doch besser im Westen eingerichtet. Hier gibt es eigentlich das viel talentiertere Personal für einen Staat, der den perfekten Menschen erschafft und eine absolut gerechte Welt. Aber wer weiß, wenn die so weitermachen, dann ist es ja nicht zu spät, dann kriegen wir hier doch noch das Paradies auf Erden. Und diesmal klappt es bestimmt. Aber ich wollte doch positiv bleiben. Also jetzt mal eine wirklich gute Nachricht. Wir haben Sommer. Oder wie man heute dazu sagt, wir haben Hitzekatastrophe. Ich nenne es trotzdem lieber Freibadwetter. Außer man wohnt in Berlin, dort werden die Bäder ja jetzt umfunktioniert. Zu Begegnungsstätten für junge Männer mit Bereitschaft zur kreativen Konfliktlösung. Ganz großartiger Trend. Diese Berliner Bäder dienten ja bislang nur zum Planschen oder Sonnenbaden. Jetzt werden sie zu Orten der gelebten Vielfalt. Wenn sich da zwei oder dreihundert junge Männer zum Debattieren treffen und am Ende gewinnt die stärkere Gruppe, das ist doch Basisdemokratie wie aus dem Bilderbuch. Und da kann man noch viel mehr draus machen. Warum nehmen wir nicht die Autobahnfestkleber und kleben die am Beckenrand fest? Dann können sie versuchen, die netten jungen Männer vom Klima retten zu überzeugen. Es wären sicher lebhafte Diskussionen. Und dann würde ich auch noch die Genderfreunde reinschicken. Die sollen dann dafür sorgen, dass die alle zusammen in gendergerechter Sprache debattieren. Das Freibad als Labor für die Zukunft der Gesellschaft. Ich sehe ein Riesenpotenzial. Und für den Rest von uns wäre es auch ein echter Fortschritt, wenn man diese Gestalten einfach ins Freibad wegsperren würde. Es gibt aber auch Menschen, die von der neuen Freibadkultur nicht so begeistert sind. Zum Beispiel meine Freundin Ulrike. Die wohnt in Berlin, kommt aber aus demselben Dorf wie ich. Sie heißt also eigentlich gar nicht Ulrike, sondern Ulrike. Die Ulrike ist ein guter Mensch. Die ist fürs Klima, für die Vielfalt und für beliebig viele Geschlechter. Ulrike wählt natürlich immer Grün, weil die für die Natur sind, sagt sie. Das ist die Ulrike auch. Die fliegt viermal im Jahr nach Mallorca und bewundert von dort die Natur. Von ihrem Jet-Ski aus. Die Ulrike sagt, wir müssen alles tun, um diese Natur zu schützen. Klar, sonst hat sie ja nichts mehr, wo sie mit dem Jet-Ski rumfahren kann. Ulrikes Problem ist, ihr Problem ist, sie hat zwei pubertierende Töchter. Sehr hübsche Mädchen. Sehr hübsche Mädchen. Aber klar, die wurden auch bio aufgezogen. Und die beiden gehen gern ins Freibad. Aber dort herrscht ja jetzt ein bisschen zu viel Vielfalt. Das kann die Ulrike so natürlich nicht zugeben. Denn zu viel Vielfalt geht ja gar nicht. Andererseits hat sie jetzt natürlich Angst, ihre Töchter in das Bad zu schicken. Wegen der lebhaften Debattenkultur dort. Und jetzt steckt die Ulrike in einer schlimmen Zwickmühle. Wenn sie ihre Töchter ins Freibad gehen lässt, riskiert sie, dass sie dort, naja, ich sag mal, neue Leute kennenlernen, die sie vielleicht gar nicht so nah kennenlernen wollten. Wenn sie die Töchter nicht hinschickt, wäre das aber ein Eingeständnis, dass die Sache mit der Vielfalt vielleicht nicht immer ganz so toll ist, wie im grünen Prospekt versprochen. Aber das darf man natürlich nicht sagen. Sonst ist man ja, sie ahnen es, potenziell rechts. Und das ist Ulrike ja nun wirklich nicht. Das hat sie mir alles lang und breit geklagt. Ich habe dann kurz nachgedacht und habe gesagt, Ulrike, das ist so ein klarer Fall. Du musst zu einer Überzeugung stehen. Die Vielfalt ist dir heilig, da musst du jetzt Haltung zeigen. Schick deine Mädels ins Freibad. Und wenn ihnen dann was passieren sollte, dann war das doch nur für einen guten Zweck. Das muss es dir schon wert sein. War die Ulrike aber mal sprachlos. Dann hat sie gesagt, Simone, meinst du das ernst? Natürlich, habe ich gesagt, natürlich. Aber ich habe ja auch keine Töchter und ich gehe sowieso nicht gern ins Freibad. Ich habe nichts gegen Opfer bringen, solange es die anderen machen. Eigentlich wäre ich die perfekte Grüne. Da war die Ulrike kurz beleidigt. Aber sie ist ja meine Freundin. Und darum habe ich ihr dann gesagt, wie sie das Dilemma ganz leicht lösen kann. Ulrike, habe ich gesagt, jetzt chill doch mal. Auch andere Orte haben schöne Bäder. Pack die Mädels in deinen Range Rover und dann fahr in ein Freibad ganz weit raus aufs Land. Da treffen die dann ganz normale Menschen. Das ist eine Vielfalt, die hatten die noch nie. Ja, genau so hat es Ulrike dann auch gemacht. Happy End. Und ein Vorbild für uns alle. Wenn es in diesem Land weiter bergab geht, das ist kein Grund zur Panik, solange man es sich leisten kann. Suchen Sie sich einfach Orte, an denen man es noch aushalten kann. Das ist nichts Schlimmes. Das machen alle reichen Leute so in der dritten Welt. Allerdings, wenn Sie sich das nicht leisten können, dann würde ich Ihnen das Beten empfehlen. Oder auch, egal, ich wollte ja nicht mehr so negativ sein und lieber über schöne Sachen reden. Sehen Sie, ich möchte gern ein guter Mensch sein, der keinem was Böses tut. Ich möchte ein Baerbock sein. Und das sollten Sie auch, denn sonst melde ich Sie bei Nancy Faeser. Aber erst möchte ich noch ein bisschen weiter träumen von Olaf Scholz, der Hand in Hand mit mir durch mein Wohnzimmer spaziert. In diesem Sinne, Gute Nacht, Deutschland.